Jetzt aber zurück zu einem ganz und gar irdischen Thema, der Blumenerde. Für Hobbygärtner ist die Auswahl nicht nur groß, sondern fast schon undurchschaubar. Welche Erde ist die richtige fürs Beet, welche für den Balkonkasten? Und reicht ein Billigprodukt oder hilft die Premium-Spezial-Super-Erde besser beim Wachsen? Mehr über Gedeih und Verderb jetzt in unserem Service. Die Grotodendron-Erde ist speziell gedacht für Pflanzen, die einen ganz anderen Bodenanspruch haben. Michael Steinebrunner hat als Gartenbautechniker zurzeit reichlich zu tun. In der Erdenabteilung eines Mannheimer Gartenmarktes ist er gefragt. Er will nicht nur verkaufen. Als Fachberater kann er hier den Kunden so manchen nützlichen Tipp geben. Viele Kunden kommen zu uns mit der Meinung, es gibt eine Pflanze Erde für alles. Das ist leider nicht der Fall. Wir müssen da ein bisschen Aufklärungsarbeit mit einer guten Beratung leisten. Es muss nicht immer das Teuerste sein, es muss das Passende für die Pflanze sein. Seine Kunden tun sich oft schwer. Bunte Verpackungen und Werbung versprechen gern viel, vor allem die teuren Produkte. Blumenerde oder richtig gesagt Substrat- oder Pflanzerde kann richtig ins Geld gehen. Das schreckt aber so manchen Kunden eher ab. Ich bin eigentlich eher so der Typ, der einfach immer die ganz normale Blumenerde kauft und damit sehr gut bisher zurechtgekommen ist. Es muss schon preisbewusst gekauft werden. Ich würde sagen mittendrin. Gute Blumenerde ist man, wenn man sich umhört bei den Leuten, ist man eigentlich auf der sichereren Seite. Also wenn man billig ist und es geht um alles kaputt. Also die Erfahrung hat man auch von anderen schon gehört, dass es nicht immer gut ist. Da hält Nasrin ihr Shaker dagegen. Sie sucht einfach nur etwas Günstiges. Blumenerde ist für sie eher nur Nebensache. Für mich ist eigentlich Erde Erde und meistens wächst es da drin auch einfach. Also einfach so, ohne dass ich was machen muss. Das sehen die Profis anders. Gute Pflanzerde ist für den gärtnerischen Erfolg entscheidend, heißt es an der staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Heidelberg. Robert Koch ist Spezialist für Substrate. Er weiß, auf was es ankommt. Eine gute Blumenerde sollte strukturstabil sein. Sie sollte das Wasser gut halten. Sie sollte angenehm riechen. Da können wir gleich mal den Geruchstest machen. Ja, die riecht gut nach Humus. Die riecht wirklich gut. Und sie sollte natürlich auch entsprechend aufgedüngt sein. Das heißt, es sollte möglichst schon Dünger zugemischt sein. Und natürlich soll Blumenerde frei sein von Schädlingen und Unkräutern. Der günstigste pH-Wert, das ist der Säurewert, liegt bei Standardblumenerden zwischen 5,5 und 6,5. Das Angebot im Handel ist riesengroß. Und es ist nicht leicht, sich als Laie einen Überblick zu verschaffen. Wer dennoch genau wissen will, was drin ist in der Blumenerde? Ich kann auf die Rückseite des Sackes schauen, was dort für Angaben sind. Und meist finde ich dort schon auch recht vernünftige Angaben zu der Zusammensetzung oder aber auch zur Aufdüngung. Grundsätzlich besteht Blumenerde aus verschiedenen organischen und mineralischen Bestandteilen. Die Basis ist aus Torf oder Kompost. Dazu kommen oft Holz, Rinden oder Kokosfasern. Mineralische Stoffe sind teilweise Ton, Sand oder Perleit, ein Vulkangestein. Dazu kommt noch Dünger. Ein Vergleich ist möglich, wenn man sich den Preis für einen Volumen Liter Blumenerde ausrechnet. Unsere Stichprobe im Handel hat große Unterschiede gezeigt. Von 4 Cent bis 47 Cent pro Liter. Ist teuer immer besser? Das muss nicht unbedingt sein, weil man auch mit günstigeren Erden gute Qualitäten im Balkonkasten erreichen kann. Nämlich dann, wenn ich einen grünen Daumen habe. Das heißt, wenn ich die Düngung im Griff habe. Denn die Preisunterschiede kommen oftmals dann zustande, wenn bei teuren Erden etwas mehr Dünger reingepackt wird oder auch mit Langzeitdüngern gearbeitet wird. Oder mit organischen Düngern wie Guano zum Beispiel. Mehr Geld muss man auf jeden Fall für Spezialerden ausgeben. Der Handel bietet viele Lösungen und die Werbung verspricht bessere Ergebnisse. Stellt sich die Frage, muss das sein? Ich denke nicht, dass das notwendig ist, weil Spezialerden in erster Linie den Nährstoffanspruch der einzelnen Pflanzen berücksichtigen. Ich muss aber nicht unbedingt eine nährstoffbedürftige Geranie auch in eine Geranienerde setzen. Da reicht eine einfache Beet- und Balkonkastenerde. Was anderes ist es aber beispielsweise bei der Rhododendron-Erde, weil Rhododendrin oder Azaleen, die gedeihen wirklich nur in saurem Boden. In vielen Blumenerden steckt Torf, Moorerde als lockere Substratbasis. Aber das sehen Naturschützer kritisch. Deshalb gibt es Alternativen. Die Frage, mit Torf oder Torf frei, muss jeder Hobbygärtner für sich entscheiden. Und was sagt der Fachmann dazu? Also das würde ich gerne etwas differenzieren. Wir brauchen im Produktionsgartenbau den Torf, weil er einfach wichtige Eigenschaften hat. Das gibt für uns Gärtner Kultursicherheit. Im Hobbygartenbereich, also in Blumenkästen, da kann ich 100 Prozent auf Torf verzichten. Das funktioniert und das haben wir hier an der LVG Heidelberg wirklich jedes Jahr auch in den Versuchen schon feststellen können. Und was die Profis hier ausprobieren, landet irgendwann vielleicht als Substrat für Hobbygärtner im Handel. Aber ganz auf Blumenerde allein kann man sich nicht verlassen. Die Blumenerde ist natürlich wichtig, denn sie stellt das Fundament dar für unsere Pflanzen. Wichtig ist aber auch, wie man sich sonst noch um die Pflanzen kümmert. Und beim Pflanzen speziell nicht zu tief setzen, nicht einbetonieren, einen Gießrand lassen und nach vier bis sechs Wochen auch entsprechend dann für die Nachdüngung sorgen. Wer eine solche Blütenpracht will, der braucht neben guter Blumenerde also doch noch den berühmten grünen Daumen.